Zenon. Robert Habeck und Annalena Baerbock präsentieren sich als die Retter des Klimas und die Hüter der Gerechtigkeit. Doch was haben sie wirklich erreicht? Ihre Politik ist geprägt von unrealistischen Zielen und leeren Versprechungen. Sie sprechen von Klimaschutz. Doch ihre Maßnahmen belasten vor allem die kleinen Leute, die sich teure Energiepreise und steigende Lebenshaltungskosten nicht leisten können. Unter der Führung von Habeck und Baerbock haben die Grünen eine Politik der Verbote und Einschränkungen etabliert. Sie wollen uns vorschreiben, wie wir leben sollen, was wir essen dürfen und wie wir uns fortbewegen sollen. Diese Bevormundung ist nicht die Freiheit, die wir uns wünschen. Die Grünen sprechen von sozialer Gerechtigkeit. Doch ihre Politik führt zu einer Spaltung der Gesellschaft. Während sie sich auf internationale Bühnen stellen und große Reden schwingen, vergessen sie die Sorgen und Nöte der Menschen in unserem Land. Ihre Ideologie steht oft im Widerspruch zu den realen Bedürfnissen der Bürger. Wir brauchen eine Politik, die auf Vernunft und Pragmatismus basiert, nicht auf Ideologie und Dogmatismus. Wir brauchen Lösungen, die für alle Menschen in unserem Land funktionieren, nicht nur für eine privilegierte Elite. Robert Habeck und Annalena Baerbock sprechen oft von einer grünen Transformation. Doch sie verkennen die Realität. Eine nachhaltige Zukunft erfordert nicht nur ökologische, sondern auch ökonomische und soziale Nachhaltigkeit. Wir brauchen eine Politik, die Arbeitsplätze sichert und neue schafft, die unsere Industrie stärkt und gleichzeitig den Umweltschutz vorantreibt. Die Grünen haben in ihrer Ideologie oft den Blick für das Machbare verloren. Sie träumen von einer Welt ohne fossile Brennstoffe, ohne dabei realistische Alternativen zu bieten. Ihre Pläne zur Energiewende sind teuer und ineffizient. Und die Kosten tragen wir alle, in Form von höheren Strompreisen und einer unsicheren Energieversorgung. Wir müssen uns für eine Politik einsetzen, die auf Innovation und Technologie setzt, anstatt auf Verbote und Einschränkungen. Eine Politik, die den Menschen vertraut und ihnen die Freiheit gibt, selbst zu entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten wollen.